Nügi, sehr, sehr wichtige Punkte heute gegen Biel. Ich glaube, wenn wir das Spiel anschauen, müssen wir froh sein, dass nicht zu viele verletzt sind. Wir haben heute gewonnen, dass es alles zählt, oder? Ja, wir spielen ein solides Spiel heute. Wir haben definitiv 3 Punkte gewonnen. Ich denke, wir sind das bessere Team. Ja, über 60 Minuten sind wir definitiv besser. Wir haben ein paar Dippe, aber wir haben es herausgefunden, und es fühlt sich nicht wirklich gefährlich oder nervösisch. Es fühlt sich, dass wir ein guter Kontrolle darüber haben. Und, wie gesagt, in dem Anfang war es ein ziemlich solider Gewinn. Am Schluss wurde es doch noch ein wenig eng. Es war 3 zu 2. Aber im ersten Drittel hatten wir sehr, sehr viele, sehr gute Torchancen. Ist das etwas, was uns vielleicht noch ein wenig fehlt, dass wir das Spiel früher entscheiden können? Es war so lange. Im Anfang der Saison waren die Bouncen für uns. Wir haben definitiv die Bouncen gewonnen, und das ist warum wir so viele Spiele gewonnen haben. Nach Weihnachten haben wir mehr Bouncen gegen uns. Und wir haben uns nicht so effektiv auf unsere Chance. Es sind so kleine Details. Every Spiel, win oder lose. Once in a while, during a season, wir haben eine große Loss. Aber ich denke, in den letzten 20 Spielen haben wir eine große Unterschiede. Oder eine Loss oder eine Loss. Oder eine Loss. Es ist so tief, insbesondere zwischen den Top 8-teams. Wir müssen wirklich effektiv sein. Heute, für sicherlich, können wir das Spiel in Powerplay, früher. Es ist wieder etwas, das wir morgen wiedersehen müssen. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns, was wir besser machen können. Und das wichtigste ist, dass wir gewinnen. Aber es wäre schön, wenn wir das Spiel früher in das Spiel haben. Wir haben das Spiel früher früher.